so hallo Leute ich bin es der Manuel ich und mein Cousin der Noah werden in dem YouTube Channel oder ja wie man es halt nenn ich weiß gar nicht gesagt nicht werden wir jetzt uns erstmal vorstellen und so ich mit dem Video mein Cousin macht ein extra Video noch ja in what of tanks als ich Camper und hat zahlen dazu über den Clan 502 und ich werde heute mit dem übrigens mein Lieblingspanzer spielen ja nun fange ich jetzt mal an und reden ein bisschen wenn ich vorstellen und so ja bei der map karel karelin karelin komische name egal standard gefecht heißt wir haben Stützpunkt Gegner am Stützpunkt hinter der wir erobern den oder können alle genauso die Gegner erobern komisch das punkt in dem stützpunkt der tsa eine markierung das sollte man halt reinfahren und umso mehr panzerrechte umso schnell lädt ist man bekommt dann auch erfahrungspunkte dann kriegt man in der platzierung von den ganzen umso mehr erfahrungspunkte mord kriegt man umso bessere platzierung in der rangliste von den ganzen spielern ja ich hoffe dass ich mit dem reden jetzt auch ein bisschen spielen kann ja ich bin 14 jahre alt ja ich hoffe dass ich auch mit meinem Cousin ein paar videos hinbekommen oder ein paar gameplays in der woche so 234 stück was er da macht habe ich doch keine ahnung ich hoffe er macht irgendwas gutes hat auch schon leben verloren ist nicht gut ich hast es einfach mal die sinnlos rumschießen oder irgendwo sind das rumstehen dann haben wir eine art hinein er dientet nicht dass unsere art irgendwie aufdecken könnte wenn wir keine er könnte uns aufdecken genau platziert scheiße so fahren wir einfach mal weiter bei sowas äh entweder versuchen ihn zu killen oder weiterfahren jetzt tut er unseren schützpunkt erobern ähm ich hab ein paar modes modes ich kann sie wenn sie wenn vor wollen kann ich sie zum download bereitstellen natürlich schließlich kostenlos wir nehmen alles mit meinem PC auf so ich stand natürlich jetzt mitten da es war jetzt nicht gut ich verlasse ich mal darauf dass die anderen das übernehmen ähm sinnlos wenn jetzt da noch hinfahrt es ist eh bloß ein panzer in der basis sind die alle so da kommen jetzt am order 2 so luchs und man sie abpassen weil der ziemlich gute frontpanzerung der ist ja so lös wenn sie es vielleicht nicht so rüber kommt ich wer eigentlich ein lustiger typ hat sich erfahrung aus könnte ich irgendwann irgendwas schlechtes in den kommentaren einschreiben aber das war es natürlich übernehmen sie und bringen sie uns hier weg ja nee ich bin natürlich georscht ja 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 bei ja ich sollte jetzt auch hier steht die kosten nehmen weil ja man sieht hat es eigentlich gut für schnelligkeit es kommen ja ich will mich falls ihr sagt dass meine stimme hört sich so scheiße an oder man ein paar atemzüge oder so ja ich habe ich habe auch ehrlich gesagt kein normales scheiße zum aufnehmen ja weil ich wenn wenn ich jetzt kaufen würde das würde dann einiges kosten so über 100 euro ja das war natürlich jetzt nicht das beste vom besten hauptsache wir gewinnen ich habe zwei kills gemacht ja schauen wir mal dennoch schnell zu erst was ich einfach bin dessen dann klar und schießt einfach sie los rum aber mit einer klaren ist das heißt ja meistens gutes mein kurs hat in seinem video wird jetzt dann nachfolgen ja wie gesagt wenn ich mal alles mit meinem pc auf weil er hat selber kein mikro machen vielleicht mal ein paar klaren games doch er hat am mikro laptop ja wenn er mal zu mir kommt dann machen wir mal ein paar games zusammen ich sehe den feind ich weiß wenn er alle gegner gekillt hätte es wirklich alle und hätte noch mal das loslassen können haben sie zu freude aber einfach so seine ganze schüsse zu verblendern obwohl wir jetzt gerade um gewinnen sind ja gut nehmen zwei vorsprung aber trotzdem ich sehe den feindlichen so wir haben gewonnen Markus sollst du eben auch reinkommen wir haben gewonnen ich bin ja ich habe gerade eine Facebook-Nachricht gekriegt also keine Ahnung schluss abgegeben haben wir 21 direkt treffer macht 17 wirkungstreffer 17 also alle treffer sind wirkungstreffer schaden haben wir 491 gemacht treffer erhalten drei sehr wenig anschauen an verbündeten zerstört keine ahnung was das heißt soll jeder entdeckt habe ich ein gegner beschädigt fünf gegner zerstört zwei schaden durch aufklärung 5 weiß nicht ob das 5 schaden 5 hp sind oder so gefahren zum 1,5 kilometer strafe für beschädigungen verbündeten ja weil ich gerade weil ich angefangen bin wahrscheinlich gesamt haben wir verdient 5.051 die punkte und die erfahrung dann 23 9 458 er hat daher dessen premium panzer es bringt sich nicht nix man kann halt die erfahrung umwandeln das wisst ihr wahrscheinlich schon für dass man aber freie erforderung kommen dass für ein panzer verwenden ja das sind meine ganze panzer ich sag's jetzt nicht alle auf können wir schreiben wenn ihr von einem gameplay wollte oder so und ja ich hoffe euch hat es gefallen nicht so streng gewährten schon wieder eine nachricht nicht system gewährten weil das mein erstes war mein kurs der nur der konnte ist dann auch gleich und ja nochmal ich hoffe dass euch gefallen hat und tschüss bis zum nächsten mal